Nistei Kinn Schober Züchter ist Mano. Der Koi ist 45 cm groß, 95 % weiblich. Hat echt ein super schönes Rot für den Kinn Schober wohlgemerkt. Schöne Flossen, echt ein schöner Fisch. Die wachsen bei ihm so um die 70-75 cm. Kann er kriegen wenn es ein Weibchen ist. Das war's.